Für das Buch habe ich noch ein Buch. Für die Waxtern noch nicht mehr. So. Eine Scroll of Town Bottle. Ein Haufen Zeug zu identifizieren. Was? Bist du 20 Dexterity? Ah, nur 20 Dexterity ist nicht so gut. Nee. Sword of Heavens, Amulet of Position, Sword of Slaying, With the Bow, Savage Blade of Goar. So, nächste Seite stelle Adria. I sense a soul in search of answers. Du hast so ein Elixir of Magic. Das ich nicht brauche. Also verkaufen wir Book of Stone Curls. Sword of Hazing. Und die Sword of Lightning. Dann gucken wir auf Pippin, was Besonderes Neues an Fläschchen für uns hat. What ails you, my friend? Drei Heidrige brauchen wir auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. So, Stärke Potion. Stärke Potion. Stärke Potion. Nehmen wir gerne. Und sehr viele Dexterity Potions, für die wir nicht genug Geld haben. Was ails you, my friend? So. Alles mal wegkämpfen. Ja, ich glaube, wenn wir Stärke 85 haben, also noch zwei Stärke Potions gekauft haben, dann können wir auf die auch verzichten und uns nur noch Dexterity Potions leisten. So. So. Gut. Hier lagen noch Wax rum. Auch wenn Wax nicht gerade wirklich... Ja, wertvoll sind. Sind ja nur Lumpen. Na na, die Tür offen lassen. Die Guardian-Score. Die Guardian-Score. So, Superf Guardian, wir sind schon wieder fast voll. Und ich glaube langsam bei den vielen Town Portal Scrolls, die wir haben, können wir den Stab erstmal oben lassen. Hallo, gehen wir zu Hause? So, ein Ring, ein Ring ist schön. Wir haben fast schon gar schon den Brot wieder hochzugehen und wir jetzt identifizieren. Aber nicht gleich wieder neue Tränke zu kaufen. Okay, hier ist nichts mehr drin. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier waren wir schon drin. Bleibt nur noch der Raum da oben und da sind wir hier mit der zweiten Krypta Ebene durch. Da. Ja. Viele, viele böse, böse. Gut. Zweite Ebene fertig. Gucken wir mal ganz kurz. Hier oben gibt es nichts mehr. Da auch nicht mehr. Da auch nicht mehr. Gut. Dritte Ebene. Ja, wir könnten gleich zur vierten runter. Ja, die Node ist fertig. Wer findet dieses Scrolls, ist verabschiedet mit Stoppung der Dämonischen Kreatur, der liegt in diesen Wallen. Mein Zeitpunkt ist vorbei. Selbst jetzt, seine Helis-Minions schlägt auf der Frail-Door, hinter dem ich schlaue. Ich habe den Demo mit Arcane Magik gefeiert, und ihn in großen Wallen gefeiert. Aber ich schäu, das wird nicht genug sein. Die Spelle, die in meinen drei Grimoires, werden dir eine Protektive Entrance in seinem Domain. Aber nur, wenn gefeiert, in der properen Sequenz. Die Levers in der Entry-Way, werden die Barrieren entfernt, und freien den Demo. Nehmen Sie sie nicht. Use nur diese Spelle, um die Entrance zu bekommen, oder seine Macht wird zu großartig, um dich zu verletzen. Okay. Mein Haus wird langsam verabschiedet, durch die Vilen- Ja. Also wir sollen lieber die Grimoires benutzen, als statt ihn freizulassen und zu bashen. Jetzt kommt der Real Shit, ey. Ach nö, jetzt kommt auch noch was, was mit blauen Strahlen schießt. Oh Gott, tut dir weh, ey. Oh Gott, tut dir weh, ey. Ach, ihr seid das mit den blauen Angriffen. Okay, damit kann ich leben. Ihr kommt nämlich zu mir und lauft nicht weg vor mir. Ernsthaft, du Sackgesicht. Oh nö, jetzt ist es zwei. Den da muss ich töten. Ernsthaft. Schlag ihn tot und steh dich tot voll rum. Oh Gott. Gott, Gott, Gott. Ja. Wie viel Platz habe ich jetzt da noch? Okay, genug für eine schmale Sache. Oh, ne Scroll auf Identifier, die nehm ich gerne. Da will ich gucken, ob der Ring mir hilft. Er scheint zu helfen. Schlag ihn, er ist direkt vor dir. Boah, warum halten die auf einmal so viel aus? Diese Kack-Klitches? Also ja, es sind A-Klitches, aber trotzdem. Die tun mir einfach so weh. Das ist gemein. Squad of Townsportel. Und hier ist Stuff of Lightning gedrobt. Wie die Note zum Boden fällt. Oh, wir sind wieder voll. Wir können wieder verkaufen. So, den Ring erstmal hier zur Sammlung. Wow, was kann ich für dich tun? Ja, die Wags sind ein bisschen was wert. Der Bogen und das Ding, das sind mehr wert. Die sind mehr wert. Vier neue Heidtränke. Eins, zwei, drei, vier. Na, gucken wir wieder. Ja, gut. Die bei der Stärke Potion. Nein, nicht die Magic Potion. Die Stärke Potion. Wie viel Dexterity hat er wieder? Zwei, okay. Was tut dir, mein Freund? So. Den habe ich gesagt, dass ich jetzt erstmal auch hier liegen. Gehen wir zu Adria verkaufen. Sofern Adria jetzt nicht gerade auch eine Dex Potion hat. So, Scroll of Flame Wave, Scroll of Guardian und die Starbrick. Und meine Potion. Nein, Stärke. Stärke haben wir ja gesagt, lassen wir jetzt aus. Wir pumpen alles noch in Dexterity. Also an Trinken. An... Dings an... Level-Ups. Werde ich erst einmal... Ne, da unten können wir später dann gucken. Stecken, oder? Man. So... So. Die Esper wieder einsammeln. Das war's. Ja, das Spiel. Hat so tolle Mechaniken. So, du sitzt jetzt in der Falle. Ähm. Nein, nicht wieder da raus. Nicht mich abhängen. Das war der falsche Spell. Das ist der richtige. Bogenschuss. Crater Woon of Fire. So, gucken wir, dass wir den Raum auf jeden Fall noch gecleared kriegen. Au. Wollt ihr mich veralpern? Oh, doch, wir sind nur dreifach veralpern. Oh, na. Das war einer. Von vielen. Du kannst doch weiter die Ecke gehen. Also gehen noch weiter die Ecke. Genau in die Ecke mit euch bei. Halt auf, die haben wir vorbeizt. Ja. Ja. Ja, ja. So, danke. Achso, jetzt hat er auch noch hier. Hier, komisch. Das ist wieder viel zu viel. Genau in die Ecke mit dir. Ja. Oh, nicht nur da. Ja, ich höf. Ich höf. Ich höf. Ja. Ich höf. Ja. Gucken wir um die Ecke, ob da was ist. Ey, hier geht's echt noch ordentlich weiter, ey. Okay. Journal the end, aber wie komme ich da rein? Wahrscheinlich über die Türe, ja gut. Ich würde sagen, hier dieser kleinen Zuflucht speichere ich. Und da gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.